Ich hab Tränen in den Augen! Er setzt sich direkt auf den Glasblock über. Er, er huckt da so. Er denkt sich so, ja jetzt bin ich safe, jetzt hab ich gewonnen, ne. Wie FTP'n, ey, juck dir nicht. Aber es ist auf jeden Fall bester Anfang fürs nächste Video. Erstmal wiederholen, was im letzten Video vorkam. Ja, ja, das passt. Und gleich erstmal wieder ragen, weil ich... Ich hab ein neues Video drin. Oh mein Gott. Okay. Gut, meine Nachbarn und meine Eltern fragen sich grad wieder, was ich hier drin mache in meinem Zimmer. Ne, das müssen sie nicht wissen. Das ist alles geheim, Digga. Wir haben keine so guten Gegner. Na, ich hab rot. Wenn er mich jetzt nicht runtersteckt. Er schlägt mich locker easy runter, ich hab immer das Pech. Ne, ich spiel jetzt safe. Fuck. Yo. Nü. Lü. Was war das denn? Boah, er hat mir den Hit, ey. Wer? Bei mir haben... Die roten... Haben... Das war... Komisch. Er hittet mich nicht einmal. Alles klar. Ja. Er denkt sich so, hey! Teammate, Digga! Was geht? Rot hat Gold, grün hat Eisen. Das ist eine super Mischung. Niemals. Oh, das wird wieder so easy. Was sagst du? Ne, ich hab vorher wahrscheinlich rot. Das ist halt deren Problem. Aber... Grün ist hinter dir, glaube ich. Ne, die ist selten Gold. Also das Bett habe ich's. Ja, grün, wo ist grün? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich wurde zurückgebackt. Ich hab beide roten, trotz Bo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hättest du grad sehen müssen. Ich wurde zurückgebackt. Der schlägt mich runter. Ich back auch zurück. Ich war in dem Block drin. Und ich hab ihn einfach gespielt. Jumene, in nem CV, das war letztens so lustig, ne? Ich... Wir haben so'n Kampf um oben gehabt, ne? Ja. Und dann... äh... Kommt so einer, hittet mich, und ich bleib so richtig ekelhaft. Ähm, auf dem... auf der Spam-Plattform von der Rod bleib ich so in nem Block buggen. Und die ganzen Leute sehen mich nicht. Und dann hab ich da drei fully equipped runtergeschlagen mit der Faust, weil ich da in den Block gebackt habe. Und die haben so... Die haben sich so aufgeregt, alter. Wie geil, ey. Ey, die haben sich so aufgeregt. Schade, dass ich nen Bow nicht bekommen hab. Das war das einzige. Hey, aber trotzdem, this is nice. Sowas muss sein, ey. Und laufen da immer wieder hoch. Und ich bug da rum und schlag die runter. Und ich denk mir nur so, lol. Und in der Zeit haben wir dann schöne Bow hochgebracht. Ey, das ist gut, ey. So, so, so. Aber so richtig gechillt hab ich da. Die wollten uns dann erst die Kuhn für Bug-Using, aber ich... Nee, die wollten uns halt auch erst die Kuhn wegen Bug-Using, aber... Das war ja nicht extra und ich kam da auch nicht mehr raus. Die haben auch nicht den Block abgebaut oder so. Und ich kam da selber nicht mehr raus. Ach, du kamst da nicht mehr raus. Nee! Ich, ich, ich kam dann da nicht mehr raus. Hä? Wie haben die dich dann getötet? Ja, mein Mate hat unter mir den Block abgebaut halt. Mal kurz Brody. Brody, Digger. Brody. Die haben mich einfach. Er geht AFK. Easy peasy. Da mutet er sich eiskalt. Er hat's gebracht. Hat er nicht. Hat er doch. Digga. Legt er? Er legt wie ein Stück Scheiße. Digga. Pfff. Na, Telefon. Okay. Kannst du nebenbei... Ich weiß nicht. Hörst du mich? Hörst du mich? So. Ich musste wichtige Geschäfte regeln. Natürlich. Wann du so aufs Klo gehst oder so. Easy! Wie hab ich hittet? Haben die Gold? Mh, ich glaub ja. Die sind ein Spast. Ich bin kein Spast. Bleib mir deine Frau raus. Will dein Sohn trägst. Ha, ha, ha. Digga! Gib mir halt ne noch... Hol ihn! Hol ihn! Er leckt halt wie eine Scheiß-Messet. Ja, alles. Genau so hab ich die roten auch geholt. Die beide? Ja! Gigi, gigi. Gigi, gigi. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye, brudi. Bye, bye. Brudi.